So, wir sind jetzt hier an einer Busseitestation im Christchurch, denn für uns geht es heute zurück nach Auckland, weil wir fliegen heute zurück nach Auckland. Die Südinsel hat uns gereicht, jetzt haben wir genug gesehen, es war zu regnerisch. In Auckland sind jetzt um den 25 Jahren, deswegen waren wir da. Von Auckland aus geht es dann nach Coromandel, also nochmal schön am Strand, wir hoffen das Wetter wird gut und für mich dann vielleicht noch meine Familie oder nach Rotorua, da habe ich doch was nicht gesehen. Und dann geht es langsam nach Hause, langsam ist die Zeit vorbei und Leon ist auch nur noch 20 Tage da. Der ist bald weg, ey, der ist echt bald weg. Also wir fliegen heute hier, ihr könnt euch jetzt schön den Flug angucken und dann sehen wir uns in Auckland wieder und dann erzähle ich euch da den Rest oder mehr. Ihr werdet es dann jetzt sehen. Viel Spaß! Ich wollte eigentlich nur sagen, dass unser Flug jetzt nach drei Stunden Verspätung endlich losgeht. Ja, wir sitzen jetzt im Fliege und dann gleich in Auckland. Pennen wir jetzt noch eine Stunde? Vielleicht pennen wir jetzt noch eine Stunde? Mal gucken. Wir fliegen auf jeden Fall nur anderthalb Stunden, dann sind wir da und dann sehen wir uns in Auckland wieder. Bis dann! Tschüss! 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 T Reis! Tschüss! Turns丁 Tschüss! 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 introducing ja wir sind jetzt in orkland angekommen sind im hostel und das ist bis jetzt echt das schlimmste was wir jetzt hatten ist es so dreckig und versifft und naja wir bleiben jetzt vier tage dann geht es weiter nach colmendel auf das hostel freuen wir uns schon und dann wird es auch relativ schön dann gehe ich vielleicht in der familie ich habe jetzt bescheid bekommen aber mal gucken ich habe es ja schon so oft gesagt ich komme jetzt in der familie und dann doch nicht auf jeden fall gehen wir heute noch wandern oder in die stadt kümmern uns um unseren rückflug um alles dann haben wir das geregelt kaufen vielleicht schon ein paar geschenke für zu hause und dann war es wahrscheinlich aus orkland aber da nehme ich euch immer mit und dann gibt es in coromandel denke ich ein neues video also viel spaß in orkland bis denn so wir sind jetzt hier in wo sind wir denn coromandel angekommen ist so ein bisschen östlich der nordinsel aber sehr schön sehr warm sonne wieder das ist ganz cool hier sind jetzt angekommen und wir müssen einfach mal das ist so der ausblick bei uns vom hostel sonne und wer mir ich kann das aber zeigen ganz viele sitz die möglichkeiten also sehr entspannt hier ja hier bleiben wir jetzt genau fünf tage da besuchen wir noch einen coolen ort aber den zeige ich dann euch erst oder verrate ich den erst wenn wir da sind ja dem besuchen wir und dann bricht das also dann ist das video vorbei aber dann geht es für mich in die familie dann arbeite ich noch zwei wochen und dann sage ich leo noch schüss denn dann sehen wir uns nicht mehr das ist schon ganz schön traurig ja und dann heißt es für mich auch noch zwei wochen das heißt eine woche noch mal vielleicht noch mal nach rotuhr da gucke ich mir nämlich auch noch was an das zeige ich euch dann auch und dann noch eine woche orkland und dann geht es für mich auch nach hause das heißt wir sehen uns jetzt bei dem coolen trip hier in coromandel das werdet ihr dann ja sehen als nächstes und sonst nichts bis dann so kleine einleitung gefahren heute nach narnia ich will gar nicht viel reden also fahren echt nach narnia und dann zu so einem strand wo es so heiße quellen gibt ja was alles was wir heute machen das wollte ich eigentlich nur gesagt haben das dürfte ich jetzt angucken so kleine einleitung gefahren heute nach narnia ich will gar nicht viel reden also fahren echt nach narnia und dann zu so einem strand wo es so heiße quellen gibt ja was alles was wir heute machen das wollte ich eigentlich nur gesagt haben und das dürfte euch jetzt angucken dahl 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 So, wir sind jetzt in einem Hostel. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir fertig sind mit der Tour, es war sehr schön. Und das ist damit auch wieder wahr. Ich bedanke mich wieder fürs Zugucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, meinen Spaß. Bis zum nächsten Mal.